ein herzliches willkommen hier zurück zum two point hospital ja wir sind hier am campus das konnte es ist sehr kalt schon geschrieben heizkörper vorgeschaltet jetzt die aufnahme frei aber ich möchte die objekte aufnahme genau so möchte ich die aufnahme machen und das ist die aufnahme tränkeautomaten halt so wir machen dann gleich anießen so dann brauchen wir auf jeden fall eine arztpraxis die arztpraxis beginnt gleich hier aber nicht so was ganz schön so einstellen ein krankenpflege mal was besser ist ihr wohlbefinden ist uns wichtig bitte befinden sie sich wohl ach gut ja das ist auf jeden fall schon die nächste auch da muss ja schon mal merkt es kommt jetzt nicht so voll noch da aber es wird ist ein halskörper könnte ich jetzt übelrahmen okay das ist temperaturschimmer zu kalt ich könnte jetzt natürlich einen feuerbrunnen auch da hinstellen der macht den ganzen raum das ist ideal sie ist einfach nicht darüber nach natürlich hier an stationsbetrieb mit zwei und kleinen gleiche wc warzen aus der apotheke gehalt es muss seltsam für euch sein alle paar minuten diese stimme aus dem nichts zu hören aber deine sorge ich bin nicht in eurem kopf ich bin in eurem radio gerät dort lebt auch die musik musik wie diese hier so pausenzimmer 40 doch trockner krankenpfleger wird auf der station benötigt dann werden wir einen krankenpfleger noch anstellen oder besser gesagt 2 einen arzt gleich erweitungsbildungszimmer bauen wir auch gleich so schön wenn wir dann weiter bilden geht aber auch mal zwischen jeden zimmern als körper das ist schön Müssen nur die Leute da kommen? Ist ja ein Upgrade. So. So, das heißt, wir können aber auch eine Psychiatrie bauen. Spiele werden gebeten, ausreichend zu trinken. Sehr, sehr schön. So. Clowns treffen im Krankenhaus ein. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Ihr hört Ricky Hawthorne. Auf Radio Two Point. Hallo, meine herzallerliebsten Lieblingshörer. Hier ist wieder Ricky Hawthorne. Und gleich gibt's für euch einen Satz heiße Ohren. Und vergesst nicht, damit meine ich nur ein paar gute alte Hits. Also kein Grund zur Panik. Und bitte ruft nicht wieder an, um euch zu beschweren. So wie letztes Mal. So wie letztes Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist denn? Das könnte man jetzt ausbilden. Votionschefassistent und dann zack, zack, zack. Sehr schön. Und dann brauchen wir vielleicht noch eine Topferei. Topferei machen wir aber an der Seite. Patient ist abgenippelt. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. So schön. 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 So cool. So schön. So schön. So schön. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Okay. So, jetzt wird's ernst. Jetzt müssen ein bisschen Gas geben werden von unseren Mitarbeitern, dass wir da noch etwas verdienen. Achtung, Promi! Bitte priorisieren Sie den Unterhaltungswert für unseren Gast über das Wohlergehen der Patienten. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. Haben Sie Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen? Benötigen Sie dringend eine Finanzspritze? Wenden Sie sich an Stinkepinke24. Denn auch bei einem Zinssatz von 80% stinkt Geld noch immer nicht. Stinkepinke24. Die Lösung für Verzweifelte. Mehr Tupon immer wieder. Das ist Radio Tupon. 13 Leute bei der Psychiatrie. Oh man, zwar das Psychiatrie-Zimmer. Die Lange ist dann wirklich voll. Die Lange Advent der Psychiatrie-Zimmer. Mehr Tupon immer wieder. Die Lange werden immer wieder. Der Lange ist dann wirklich voll. Der Lange. Der Lange ist dann wirklich voll. Der Lange ist noch nicht. Arzt einstellen zusätzlich. Oder Farbtherapie kann auch dauern. Na gut, das war's aber mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut in den Rhein und ciao.